hallo und heute später wieder wie ihr sehen könnt eine runde king of retail werden ewig dieses spiel nicht mehr weiter gespielt und ich würde sagen wir legen auch einfach mal wieder los sagen sie mal so wir gehen hier und computer stadt beziehungsweise haben hier gucken was man mindest lager also was immer in den lager soll oder rad oder wie aber ich bestelle trotzdem irgendwas also ich kann doch im mindest lager dann rein oder ehrenbekleidung ja natürlich die ehrenbekleidung muss drin sein machen wir mal fünf stück das kann ich wie teuer das ist muss ich mal gucken jetzt hast du noch ein bekleidung die ist auch wichtig damit hier keiner mehr okay aber wir müssen die aha hier hosen genau warum heißt das knöpfe egal 45 warum sind die so teuer das jetzt drin oder wie oder nein ich wollte nicht rausgehen ich würde eigentlich bestellen mal so bestellung gut dann machen wir das einfach so dass wir das einfach jetzt kaufen einmal davon fünf stück dann einmal davon fünf stück so dann müssen wir einmal in damenbekleidung bei knöpfe rein gehen kaufen wir dann auch noch mal ein so jetzt haben wir nur 56 können wir hier noch irgendwas kaufen wir kommen bekommen das ja auch noch so stellung dieke bestellen ja gut dann wurde die jetzt aufgegeben und dann müsste die jetzt ein theoretisch kommen wenn wir das den tag starten so ich habe dieses spiel nämlich ewig nicht mehr gespielt habe nämlich gar keine ahnung wie es mehr so richtig geht aber so sollte das auf jeden fall funktionieren so steuer wenn wir diese steuer hier immer diese steuer zahlen so so mhm 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 ah ja für was ist das hier ah für schuhe okay schuhe 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 so okay also hier sind herrenbekleidung achso ich habe gar keine damenosen oder was finden. Also kann ich mir hier Hineinrichtungen, ja. Nein. Ich brauche, nein, ich brauche hier Möbel. Kaufinventar. Darmbekleidung, Knöpfe, Hosen. 260. Ja, muss ich mir jetzt holen, weil sonst kann ich das hier nicht draufpacken. So, mitten in den Raum. Ist ja absolut kacke, aber egal. So, dann machen wir hier einmal lospacken. So, der Laden ist heute geöffnet. Okay, schön. Einsen. So, gucken wir mal kurz. Artikel hinzufügen, warum geht das nicht? Artikel bearbeiten. Achso, das muss ich jetzt bearbeiten, ne? Ja, und irgendwie hat sich der Spielgrad aufgehangen. Artikel bearbeiten. So, Darmbekleidung, Knöpfe, Hosen. So. Artikel auf. Hallo, ich habe sie doch aufgefüllt. hinzufügen, so. Aha. Okay, 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 okay. Äh, ja. Kommen sie rein, kommen sie rein. Hier ist dieser Laden noch nie aufgefallen. Was verkaufst du? Ich verkaufe natürlich braunen, äh, ne, nicht Tops. Unterteile, sage ich einfach, weil ich das hier nicht bin. Wir haben, das interessiert mich im Moment nicht. Ja, dann, wir heulen. Äh, Männerhosen. Halt. Ja. So, komm jetzt rein hier. Zack, 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 zack. Ich probe nicht. Verkauf, schließen. Ach, geh, geh heulen. Komm, komm, geh, geh, geh. Okay, reicht. Komm, kommt denn jetzt noch eine Bestellung? Moinsen. Kann ich noch weiter auspacken? Ja, okay. Ja, wollen sie hier Frauenartikel kaufen, oder was? Ja, aber ist kein Grund zu gehen, wenn ich sie anspreche, aber, ah, okay. Äh, so. Kann jetzt hier auch einer irgendwann mal was kaufen? Ich bin hier arm. Ich hab 38 Euro nur. Hallo. Hallo. Na, hier kommt irgendwie niemand. Schade, schade, schade. Packen wir hier mal weiter aus. Ich gehe pleite. Ich gehe pleite. Geh, geh, geh. Dann haben wir hier noch mehr Damenbekleidung, Knöpfe, Hosen, nö. Gut. Haben wir hier eigentlich noch Schuhe, dann können wir die hier nämlich noch draufpacken. Äh, Herrenbeleidung, Schuhe lässig, Sneakers, Steelfield Sport, und die hier auch Schuhe. Nö, nö. Herrenbeleidung lässig. Aha. Ist das nicht das? Wie hier? Ja, ja, ja. Ist dasselbe. Moin. Ah, ah, ah. Ich gehe hinzu. Moinsen, Werner. Kann ich die ansprechen? Nö. Wollen Sie hier was kaufen, Kollegen? Ja, sie hat was gekauft. Ich komme doch schon. Doch, um zu pfeifen. Um zu pfeife. Ja, mhm, danke für dein Geld. Vielen Dank. 200 Tischer hat man nicht alltäglich. Ja, wollen Sie dir auch noch was kaufen? Das ist große Auswahl. So. Mann, was brauchst du? Was können wir im Moment? Männerhosen? Äh, hallo. Hallo. So, freu. Zack, zack, zack. Danke, aber nein, doch. Ja, dann geh. Heulen, tschüss. Ich komme ja schon. Zack. Ja, der hat doch was. Oh, okay. Ich, so voll sollte es auch nicht sein. Ja. Ich glaube, ich brauche hier echt jemanden an für die Kasse, ey. Langsam wird es ein bisschen voll hier, ne? Kann das sein? So langsam, ja. So, ich lasse das jetzt hier einfach mal laufen, weil ich hier irgendwie nichts kaufen kann. 14, ja. Also so, die Primetime ist so ab 12 Uhr. Komme schon. Ich bin mir nicht sicher, was ich suche. Was können Sie mir empfehlen? Was da? In der Sankt, erzählen Sie mir mehr. Erzählen Sie mir mehr. Verbessert die Wirkung, ja. Produktbegeisterung. Ja, komm, gehe heulen. Ja, das ist gute Wahl. Kann ich irgendwas hinzufügen? Ja, hier. Hier hinzufügen. Nö, geht nicht. Hier. Und hier. Auch nicht. Ich komm schon, ich komm schon. Wann? Jetzt. Ja, ich hab eine Minute. Warte, ich muss erst mal mein Geld abholen. So, jetzt. Ja, komm, dann. Denn wenn Sie nicht warten können, dann tut es mir leid. Ich denke, darüber nach ist zu kaufen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Warte, ich kann grad nicht. So, kaufen Sie das jetzt einfach. Ja. So, bam. Komm, ich muss zur Kasse. Vielen Dank für your money. Komm schon. Ich denke, es ist zu kaufen, ja. So, einfach hier irgendwie was klicken. So. Gespräch beenden. Und dann die Freude einfach so hoch machen, dass er die kauft. Seine, er hat keine Geduld mehr. So wie jetzt. Hallo. Na, nee, tschüss. Kann dir nicht helfen. Muss dir leider mein Geld abholen. 620, 635, 700. Oh, knacken wir die 1.000? Na. Könnte sein, dass wir die 1.000 knacken, ne? Das, wie es ist. Willkommst dann doch. Ja, willkommen. Ja, kommt. Die letzte Hose hat sich gegriffen. Ich glaub's ja nicht. Kann ich die Artikel hinzufügen? Scheiße. Scheiße. Ja. Und wir haben die 1.000. Nein. So, aber jetzt muss ich kurz in den Lager gehen. Sünden. Kurz ins Lager. So. Nein, gerade nicht. Ich muss hier kurz Artikel hinzufügen. So. Jetzt kann ich kommen. Moment. So, kommt fast hier. Zack, zack, zack. Und dann hier. Zack, 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 zack. Hier, nimm. Schnell. Schauen Sie mich schnell. Danke. Nein. Nein. Boah. Knappe Sache. Okay, so. Hey, hab eine Minute? Nein, ich hab jetzt keine Minute. Kannst du auch mal selber erklären? Ja, komm. Dann nimm ich top, sondern Hosen. Ja, Hosen habe ich nicht. Schön. Kann hier hat ich in Zufügen. Ich brauch definitiv hier von mehreren. Oh, die Schuhe sind ja auch alle weg. Was ist denn da schon wieder los? Oh, die Schuhe sind ja komplett beliebt. Okay, okay, ich komm schon. Sag und sag. Ey, wir haben die 1200 geschafft. Ich glaub jetzt so, jetzt schießt das Dings. Glaube ich sogar. Dann können wir wieder in den Lager reden. Und einmal auspacken. Packen wir das hier mal alles aus. So. Sechs. Sieben. So. Ja, hier wird's gucken, ob wir hier noch mal irgendwas auffüllen können. Ja, schön. Haben wir hier irgendwie noch andere diverse Hosen? Nö. Hier können wir noch was auffüllen. Und hier, was ist hiermit? Ja. Ja. Ja, okay. Ist alles leer. Also wir müssen gefühlt alles neu kaufen. Also neue Hosen für jeden. Und Schuhe. Gucken wir doch gleich mal, was man da so kaufen kann. So, lassen wir das hier mal durchlaufen. 20 Uhr schließt das mal. Okay. Ja, gut. Also wir müssen neue Hosen bestellen. Neue Schuhe für Damen und Herren hier auf der anderen Seite. Und hier Kleider und Hosen. Okay. Gut, dann wenden wir jetzt hier einmal den Tag. Und gehen nach Hause. Fortsetzen und schließen. Jetzt haben wir noch 1100 irgendwas. So. Wir bestellen auch direkt. Bestellung. Bestellung. So, Herrenbekleidung. Hosen. Ja, da kaufen wir wieder hier 5 Stück. Oder machen wir mal 10 draus. 10. Das Mindestlagerwert festlegen. Joa. 10. So. Jetzt gehen wir zu den Damen. Suchen hier auch mal Hosen. Auch 10. Auch 10. Und hier auch 10. Boah, das ist teuer, ey. Warum sind die so teuer? Und dann einmal Kleider. Und dann einmal Kleider. Da kaufen wir aber nur 5 von. Und Schuhe. Und Schuhe, ne? Schuhe. Schuhe. Wenn wir das upgraden würden. Wenn wir das upgraden würden. Grün. 500. Liken, Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort möchte ich gerne die 300 Abonnenten knappen. Vielen Dank hier auf YouTube nochmal, dass ich die 448 Abonnenten geknackt habe. Vielen, vielen Dank für euren krassen Support. Letzter Zeit. Ähm, ja. Habt aber jetzt einen traumhafen Tag. Achso. Aktiviert natürlich die geile Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Würde mich auch freuen. Und jetzt habt einen traumhafen Tag. Haut rein heute. Euer Sandow. Ciao, ciao.